Hallo liebe Freunde meines Kanals. Bei Portena steht ein Upgrade an, nämlich auf Release 2.17.1. Das habe ich auch in meinem letzten Video schon kurz angesprochen. 2.17.1 bietet sich deshalb an, weil es wahrscheinlich die ersten Kinderkrankheiten von 2.17.0 ausgemessen hat und da kann man dann schon durchaus den Schritt wagen. Bevor ich aber hier mit dem eigentlichen Thema anfange. Noch ganz kurz was Internes, nämlich auf meinem Kanal gibt es seit Kürze Mitgliedschaften. Eine Mitgliedschaft kostet 3,99 Euro pro Monat und Mitglieder haben folgende Vorteile. Einmal eben mein Versprechen, dass ich eure Kommentare und Fragen hier auf YouTube bevorzugt beantworte und zum anderen bekommen Mitglieder 10% Rabatt auf Onlineberatung durch mich persönlich. Ja, man kann mich buchen. Da unten ist der entsprechende Link in der Videobeschreibung und wie gesagt, Kanalmitglieder bekommen da 10% Rabatt. So oft ihr braucht, so oft ihr mögt. Natürlich gibt es auch weiterhin das klassische und kostenlose Kanal Abo und wenn ihr das noch nicht abonniert habt, wäre es klasse, wenn ihr das gerade schnell nachholen würdet. Einfach unten auf den Abonnieren Knopf klicken und dann am besten auch gleich auf die Glocke, denn dann verpasst ihr keins von den zukünftigen Videos. Jetzt aber schauen wir uns das Thema Portainer Upgrade auf 2.17.1 genauer an. An sich ist der Portainer Upgrade keine große Hexerei. Man sieht dann hier unten auf der linken unteren Seite New Version Available 2.17.1 und da kann man sich auch dann gleich bedienen und schauen, was es Neuigkeiten gibt. Weiter unten drunter steht noch Portainer.io Community Edition 2.16.2 Upgrade. Wenn man da drauf klickt, kommt man nicht weit. Ich mach das mal zum Spaß, damit ihr seht, was da passiert, nämlich nix dolles. Man kommt hier auf irgend so eine Seite, die heißt dann Get Started with Portainer und dann wollen sie wissen, was man mit dem Ding vorhat und so weiter. Vergesst das Ding. Macht das Tab oder die Seite einfach wieder zu. Schauen wir uns aber an, was es Neues gibt in der Portainer Welt auf 2.17.1. Wenn man auf diesen Link hier klickt auf, wie hieß das doch, Moment, auf See What's New, dann kommt man hier auf die Release Information und das ist im Prinzip das, was für uns interessant ist. Es gibt natürlich noch weitere Release Information auf der Portainer Homepage. Portainer.io Dann kann man hier auf Resources gehen und dann hier im Blog nachschauen und dann kann man hier, wenn man runter scrollt, dann eben diesen Aufsatz von James sich anschauen, was es hier eigentlich Neues gibt. Aber das bezieht sich im Wesentlichen auf Neuerungen, die, wie man hier schön sehen kann, an diesen BE sich auf die Business Edition beziehen. Werden wir aber auch hier gleich drüben sehen, wenn wir auf die eigentlichen Release Notes drauf schauen. Es gibt eine ganze Menge an CVEs, also Vulnerabilities, die sich seit 2017 oder die mit 2.17.0 ausgemerzt worden sind. Also im Wesentlichen schauen wir eigentlich nicht auf 2.17.1, sondern auf 2.17.0. Denn die Verbesserungen hier, die halten sich im Wesentlichen in Grenzen und das ist eigentlich nur ein Stabilisierungs-Release. Die eigentlichen Neuigkeiten haben sich in 2.17.0 abgespielt und als erstes sollte man sich darüber im Klaren sein, also ältere Docker-Versionen werden uns nicht mehr unterstützt, kleiner gleich 19.03. Auf unsere Synology sind wir da ziemlich sicher. Wir sind nämlich auf über 20 Punkt irgendwas. Dann wichtig ist zu berücksichtigen, dass eine ganze Menge von Vulnerabilities bearbeitet worden sind und behoben wurden. Schon allein deshalb lohnt sich der Umstieg von 2.16 irgendwas auf 2.17. Und dann gibt es noch eine ganze Menge von Änderungen. Das, was hier bei Edge und Kubernetes steht, ist für uns jetzt eigentlich weniger interessant. Wichtiger ist das, was sich hier bei Docker getan hat. Und vor allen Dingen hat man eben ein neues Docker Compose mitgebracht, um dann eben auch schneller und kompatibler zu sein mit dem, was sich in der Docker-Entwicklung so tut. Das ist im Prinzip, was sich hier im Wesentlichen getan hat. Wer natürlich hier noch weiter wissen will, was sich sonst so bewegt hat, ja, also das kann man hier sich nochmal anlesen. Schade ist, wie ich finde, und da schließt sich vielleicht der Kreis auch zum vorigen Video mit dem Logviewer Dossel, Link hier. Es gibt für die Business Edition einen neuen Logviewer. Schade, dass der sich nicht in die Community Edition eingeschlichen hat. Nein, wer kann es Portainer verdenken? Die wollen natürlich auch Geld verdienen und damit wird natürlich auch die Weiterentwicklung der Community Edition finanziert, ist ja klar. Wer neugierig ist und gerne mal die Business Edition sich anschauen will, da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten jetzt. Man kann also jetzt hier in der neuen 2.17er-Version direkt von CE auf BE upgraden. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Vielleicht schauen wir uns das mal in einem der nächsten Videos an. Wenn ihr das sehen wollt, dann vielleicht einen ganz kurzen Kommentar unten ein. Die Lizenzen von der Business Edition sind für Anwender in, ich sag mal, unserer Größenordnung sehr, ja, sehr, sehr positiv. Man bekommt fünf freie Lizenzen, was im Wesentlichen bedeutet, dass irgendwo, wo irgendein Brocken von Portainer läuft, das wird eben im Prinzip als eine Portainer-Instantion gesehen und braucht dann eben eine Lizenz. Und da man fünf zur Verfügung hat, hat man eigentlich in unserem Bereich eine ganze Menge Spielraum. Interessant wird es und dann, wenn man dann skaliert und über Schwärme nachdenkt und über Kubernetes und so weiter, da schlägt dann natürlich die Business Edition kostenseitig zu. Aber ich denke, wie gesagt, in unserem Umfeld sollte man da mit fünf Lizenzen durchaus zu Recht kommen. Und wer das ausprobieren mag oder mehr sehen möchte, wie ich es ausprobiere, der möge doch bitte ganz kurz einen Kommentar hinterlassen. Also gehen wir dann schon mal auf die Art und Weise, wie man Portainer upgradet. Wo finden wir das? Wir finden das natürlich auf Portainer.io, auf der Hauptseite. Dann gehen wir auf Resources und auf Documentation. Und dann gibt es hier einen Punkt, der heißt Upgrading Portainer. Da klickt man dann drauf. Und dann gibt es verschiedene Installationsmöglichkeiten. Klar, Swarm, Kubernetes, ich habe es vorhin erwähnt, auch die Edge Agents und all so weiter. Wir wollen aber eigentlich nur unser eigenes Stocker Standalone upgraden. Und da habe ich jetzt gerade drauf geklickt. Es gibt verschiedene Hinweise hier. Natürlich sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, mal ein Backup der aktuellen Portainer-Konfiguration zu machen. Das kann man im User-Interface tun. Und dann hier, falls man noch nicht die HTTPS-Variante benutzt, wird man eben darauf hingewiesen, dass eben der Port 9000 irgendwie nochmal weggeworfen wurde und durch 9443 ersetzt wurde. Also falls man da nicht mehr draufkommt, immer dran denken, da ist jetzt HTTPS aktiv. So, also im Prinzip ist es relativ straightforward. Aber ich muss natürlich eins vorausschicken. Man muss bei Portainer-Upgrade leider, leider die Kommandozeile bemühen. So auch auf unsere Synology. Wer das genauer wissen will, wie man das einschaltet, das zeige ich euch ganz schnell. 1.200.1.6.8. Und hier gehen wir gerade auf meine Synology. Ich merke mich mal schnell an. Und ihr braucht, wie gesagt, SSH-Zugriff. Wer den noch nicht eingeschaltet hat, geht auf Control Panel. Und dann geht man hier auf das Icon Terminal and SNMP. Wir wollen ja hier im Terminal-Bereich irgendwas anstellen. Und falls noch nicht geschehen, müsst ihr einfach nur den Haken bei Enable SSH Service setzen. Und am besten den Port auf 22 lassen. Das ist Standard. Man kann es ändern, aber ich sage immer, Obscurity is no security. Wer sich Zugriff auf euer LAN verschafft hat und Port-Scans laufen lassen kann, der kriegt ziemlich schnell raus, wo euer SSH-Themen, auf welchem Port der läuft. Und damit hat sich der Fall dann auch wieder erledigt. Also einfach auf Standard lassen. Ihr braucht auch keine Advanced Settings vornehmen. Das ist alles so eingestellt, wie es eigentlich am besten technisch gesehen ist. Auch von der Sicherheit her. Und vor allen Dingen solltet ihr dann halt schauen, dass ihr ein vernünftiges Passwort gesetzt habt. Port 22 ins Internet öffnen ist so ein heiß diskutiertes Thema. Passt hier überhaupt nicht rein. Muss man auch jetzt nicht sich darüber Gedanken machen. Einfach nicht öffnen und dann ist alles gut. Wer es öffnen muss, wie gesagt, anderes Thema. Also hier 22 SSH-Service aufmachen. Auf gar keinen Fall sollte man den Telnet-Service aufmachen, denn der ist unverschlüsselt. Und da rauschen eure Passwörter und eure ganze Kommunikation für jeden lesbar durchs Netz. Macht heutzutage keinen Sinn mehr. Nur wenn man irgendeine ganz uralte Applikation hat, die nur Telnet kann, dann kann man das Ding mal einschalten und dann auch am besten nur temporär. Man kann auch, wenn man sich nicht sicher ist, später nach dem, was wir jetzt hier getan haben werden, den SSH-Haken wieder wegnehmen, dann auf Apply klicken und dann hat sich der Fall auch wieder erledigt. Okay, soviel zum Thema SSH. Jetzt können wir uns mit einem Admin-User oder mit einem User, der Administrationsrechte hat, an unserer Synology anmelden. Das geht einfach über den Befehl SSH, dann Username, in meinem Fall Jürgen, und dann das Add-Zeichen. Dann die IP-Adresse. Und schon hat man hier das Anmelde-Prompt. Dann gibt man sein sicheres Passwort ein. Und dann ist man eben als Admin-User hier unterwegs. Auf Synology ist es so, Docker läuft unter dem Root-User. Und das bedeutet für uns, dass wir vor alle Befehle, die wir jetzt gegen Docker abschicken, den Befehl sudo voransetzen müssen. Ihr seht jetzt gleich, wie das funktioniert. Jetzt schauen wir uns hier ganz schnell das Upgrade-Thema an. Also wir müssen jetzt erst mal zwei Dinge tun. Wir müssen den Container stoppen. Das heißt, wir kopieren uns mal diesen Befehl in die Zwischenablage und dann hier in die Kommandozeile rein. Aber wie gesagt, hier muss sudo davor. Also sudo und dann einfügen des Befehls und abschicken. Jetzt werden wir natürlich nach dem Passwort gefragt, denn wir werden jetzt mit den Berechtigungen angereichert. Also wir bekommen jetzt Root-Berechtigungen. So, da ist es. Und wir bekommen einfach nur die Meldung Portainer und an Prompt wieder zurück. Das heißt, unser Befehl ist ausgeführt worden. Jetzt kommt etwas, was einem ein bisschen in kalten Schau über den Rücken laufen lässt. Nämlich wir löschen den Portainer-Container. Aber keine Panik, wir haben ja ein Volume angelegt bei der Installation und dieses Volume ist persistiert auf unserem Docker-Host. Von daher kann da eigentlich nichts passieren. Also gehen wir wieder zurück auf unsere Kommandozeile, sudo und dann den Befehl einfügen und abschicken. Und der Portainer-Container ist weg. So, jetzt kommen wir zum nächsten Befehl. Und jetzt haben wir hier die Situation, dass die uns natürlich auf die Business Edition schicken wollen. Wer kann es Ihnen verübeln? Die wollen ja Geld verdienen. Also klicken wir hier aber auf die Community Edition. Wir wollen ja da bleiben. Also den Befehl hier wieder reinkopieren in die Zwischenablage. Rüber in die Command-Line, sudo und dann ein Befehl einfügen und los geht's. Jetzt wird im Prinzip die neueste Portainer-Version runtergeladen. Das sieht man auch hier an den verschiedenen Anzeigen, die jetzt hier kommen. Da braucht man halt ein kleines bisschen Geduld, aber das erledigt sich auch relativ zügig. Und wir haben das aktuelle Image von Portainer. Jetzt auch hier beim nächsten Befehl, deploy the updated version of Portainer. Bitte auch hier drauf achten, dass hier der Reiter Community Edition aktiv ist. Jetzt noch ein kurzes Wort zu dem ersten Port-Mapping, nämlich P8000-8000. Das braucht man nur, wenn man die Portainer-Edge-Services einsetzt. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall und passt auch hier nicht unbedingt ins Thema rein. Und 8000, das kommt einem irgendwie bekannt vor, der Port ist wahrscheinlich auf eurer Synology schon belegt und würde wahrscheinlich zu einem Port-Konflikt kommen. Ihr könnt hier auf der linken Seite einen anderen Port angeben, denn das ist die Docker-Host-Seite und auf der rechten Seite ist die Container-Seite, also man mappt von Container auf Host. Und da kann man auch was anderes angeben. Man kann aber auch komplett darauf verzichten. Also ihr könnt im Prinzip hergehen, diesen Befehl einfach so wie er ist, in die Zwischenablage kopieren, dann wieder auf die Kommandozeile gehen, Sudo-Befehl, dann den Befehl, den wir gerade kopiert haben, einfügen und dann geht ihr zurück auf den Punkt, wo minus P8000, 8000 steht und löscht einfach dieses Port-Mapping weg. Portainer tut das so lange nicht weh, solange ihr keine Edge-Services einsetzt. Und dann einfach Return und schon geht die Sache los und ihr habt einen neuen Portainer-Container installiert. Den können wir auch gleich ausprobieren, indem wir auf unseren Portainer draufgehen. Einfach hier die entsprechende Adresse eingeben, so wie ich jetzt hier das getan habe. Natürlich ist das Ganze nicht authentifiziert. Dann meldet ihr euch mit eurem üblichen Portainer-User an. Und schon sind wir auf unserem User-Interface. Ihr seht hier unten die Version Community Edition 2.17.1 und wer auf die Business Edition upgraden will, der hat hier gleich mal eine gelbe Lampe an. Wer möchte, dass ich das euch zeige, wie dieses Upgrade funktioniert und wie dann die Business Edition zum Schluss aussieht, bitte kurz einen Kommentar, ich habe es schon zweimal gesagt. Okidoki. Also klicken wir uns mal ein bisschen durch, schauen wir uns mal an, was ich hier getan haben mag. Bisher nichts Neues, bei den Stacks auch nichts Neues. Die Hoffnung stirbt zuletzt, schauen wir uns nochmal kurz unseren Log-Viewer an. Der sieht natürlich immer noch so traurig aus wie früher. Im UI keine wesentlichen Änderungen seit Release 2016, aber ich glaube, das ist auch weiter nicht erwartet worden. Das bringt mich zum Ende dieses Videos. Wir haben Portainer erfolgreich von Release 2016 auf 2.17.1 upgedatet. Ich hoffe, dieses Video hat euch was gebracht oder es hat wenigstens Spaß gemacht zuzuschauen. In beiden Fällen würde ich mich über euer Like riesig freuen. Nochmal ganz kurz zu den Mitgliedschaften. Ja, seit kurzer Zeit gibt es diese auf meinem Kanal. Kostet 3,99 Euro pro Monat. Es gibt zwei Perks, nämlich einmal, dass ich die Kommentare und Fragen von Mitgliedern bevorzugt beantworte und zum anderen 10% auf 1 zu 1 Beratung mit mir persönlich. Link zur Buchung ist unten in der Videobeschreibung. Es gibt natürlich auch weiterhin das kostenlose Kanal Abo. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, einfach bei der Gelegenheit auf den Abonnieren-Knopf draufklicken und dann auch gleich auf die Glocke, denn dann verpasst ihr keines von meinen zukünftigen Videos. Für heute aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020